. Grüß Gott. Guten Tag. Wir haben heute Klossnitzeltschaft. Ja, wir möchten auch gar nichts essen. Was wäre das denn? Wir suchen zwei Zimmer. Nett hier. Ja, das finden wir auch. Was? Dass es hier sehr nett ist. Wie jetzt? Ja, wir suchen zwei Zimmer mit Bad und Balkon. Neu? Neu? Nein, die wissen gar nicht neu sein. Die können auch ruhig alt sein. Wenn der Vater das erfährt, dann ist Apps los. Was ist los? Nix. Du bist aber schon ein wenig pervers. Ach ja. Der andere sieht aus wie der Robert Redford. Mensch Christine, setz deine Brille auf die Nase und guck nicht so viel fern. Was ist los dahinten? Nix. Wieso mein Schlagloch? Das ist doch genauso dein Schlagloch. Nein, das ist euer Schlagloch. Das ist ganz taub auf eurer Seite. Die sind ja einen Blender mit dem Kriegsstoff. Du hinterfotziger Allmachtsdackel. Du bist ja nämlich ganz sauber. Ihr Unterrieslinger Würste seid doch alle gleich. Neu? Wir lassen uns bloß einen von euch Oberrieslinger Wenger-Zegel für Blähverkauf. Rutsch mal, Doktor! Buckel nur! Gentlemen, I've seen enough. I'll take the whole church. Sie verkauft unsere Gläukirche für fünf Millionen an einen Amerikaner. Fünf Millionen? Ihr denkt echt, dass ihr uns um fünf Millionen bescheiße könntet, ohne dass wir das merken? Aber Vater, die Kirche hat uns doch bloß zur Hälfte. Wieso? Du hast Unterrieslinger vergessen. Das glaub ich Ihnen, was der Vater in Rom dazu sagt. Muss ich mir doch nicht gleich ihr Puschkapsel schon rüber haben. Ja. Schaffst du das die ganze Nacht? Nett, glaube ich. Schnecke! Schnell sei ich Schnecke! Hab ich doch grad schon gesagt! So. Wir haben den Rutschbraten mit Wurzeln, Seidewischen mit Kartoffelsalat und Linsen mit Knöpfle. Wie bitte? So. 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 So.